Nach der 32 Bit dann den Register, also für den Assembler-Programmierer. Eine wahre Pracht, dass man also mit einem Befehl 32 Bits einlesen konnte, mit einem einzigen Befehl. In Wirklichkeit musste der arme kleine 08 hinten, das auf 8 Bit Dartmus, musste viel mehr auf den Speicher zugreifen, um dann um ein einziges Register zu füllen. Das hat hier natürlich ausgebremst. Insgesamt ist die Maschine allerdings mit 7,5 MHz natürlich schon ein bisschen schneller als die vergleichbare Spektrum zu der Zeit. Die läuft jetzt auch schneller, aber hier läuft es mit einer, der hat 16 MHz, nicht, dass das auch wenn er so spitzschnell da auch nicht die Ausgaben macht. Das ist also die getunte Maschine hier. Aus Praxenstelle, die hat auch mehr Speicher, das sind also verschiedene Gründe, das so zu tun. Aber nochmal, wie gesagt, ich kann nochmal in die verschiedenen Modis, ich kann also ursprünglich, wenn man startet, hat man einmal diesen Bildschirm, ihr kennt viele, da sind die Ausgaben auf zwei Seiten getrennt. Ich mache jetzt eine Direktstudie, also nochmal, wer aus der DOS-Welt noch kommt, der die ersten IBM-PCs erlebt hat, der wird sich hier eigentlich ein bisschen wohler fühlen, weil mit Directory kriege ich mein Directory. Ich habe auch hier jetzt kein Laufwerk angeben, weil das die Forteinstellungen sind. Also man kann, ich kann hier Listen lassen, was er, die weißen Listen kriege ich, das setze ich auf SDC, ich greife hier auf einen Compact Trash zu, das sind Spreller-Treiber. Die Treibernamen, man kann auch sich hier bei den QL, was der Zink, der da haben wollte, ist, dass er eben ein universelles DOS sozusagen macht, nicht wie das MS-DOS, was zu der Zeit auch aufkam, und von da ein A- und W-Laufwerk hat, sondern er sagt, ich will alles auf alles, ich kann also auch die, ich kann umleiten, ich kann diesen Geweißnamen, die ist auch so spart, ich kann ihn umleiten, kommen wir noch zu, da hat einigen, wer hat Probleme da, auf den Speicherzugriff, da will jetzt irgendwie nicht nur auf die Floppy zugreifen, statt auf ein W-Laufwerk, auf ein Winchester, die auch dran geht. Dann sieht man gleich, die Syntax ist wie, unten kann man es jetzt sehen, SDC1, SDC1, also man hat immer drei Buchstaben, man kann dann bei diesen drei Buchstaben eins bis acht verschiedene Partitions sozusagen ansprechen, und dann wird jemand an der Leiner, und dann kommt erst der Dateiname. Das ist im S-DOS nicht der Fall, dann sagt man, ich bin auf W-Laufwerk A, und dann haben die acht Charakterpunkt drei Extensions. Das ist hier nicht so, die Damen können bis zu 36 Zeichen lang wählen, und diese Extensions haben eigentlich keine Bedeutung, und trotzdem hat sich eingebürgert, bestimmte Sachen für bestimmte Dinge zu verwenden. Also ein Basic-Programm endet oft auf Buzz. Das ist aber eine Sache, wie der User es anlegt. Wie gesagt, 32-Bit-Maschine, volles Multitasking. Vorhin hat mir einer gefragt, ob der die Tasks aussetzt, während der läuft, macht er nicht. Also wenn ich einen zweiten Job starte, man kann einen Job starten, und wenn der gestartet ist, läuft der, dann kennt der Programmierer bestimmt, ob das einer ist, der nach dem Umschalten im Hintergrund geht, oder ob er weiterarbeitet, das ist das des Programmierers. Ich kann es auch, ich gehe mal an den Befehl Jobs ein, da ist jetzt keiner da, 0, 0, 0, das heißt auch, das ist der ursprüngliche Basic, Super Basic heißt das in diesem Fall Basic Job, und der läuft, der läuft immer, das ist sozusagen das Prompt, da wo ich auch arbeite. Wie gesagt, hier kann ich auch einen Basic-Programm eingehen, oder irgendwie, wie ich es gerade gezeigt habe, ich mache ein Direction, das wäre ein Befehl an das Diskoperative System, zeig mir bitte das Unterverzeichnis, in diesem Fall hier von der SD an, normalerweise früher wäre das hier eins von diesen Laufwerken gewesen, Floppy habe ich auch, ich kann es aus Interlection sagen, nicht das Default, ich möchte ein spezielles Laufwerk haben, dann sage ich, gehe mir auf Floppy 1, FLP, immer wieder drei Buchstaben, eine fortlaufende Nummer, 1 bis 8, für ein Unter, oder ein weiteres, oder ein zweiter Laufwerker, bis zu 8 Laufwerke, oder eine Partition, wenn man eine Festplatte eingeliegt hat, gemountet hat, jetzt zeig mir bitte das Unterverzeichnis an, dann zeigt er mir also das, was in diesem Fall hier, auch sehr Floppy ist, das ist auch kein Floppy, sondern ein Emulator, aber es verhält sich für eine Floppy. Ich sehe jetzt auch das Floppy 1, was auf der Floppy 1 da unten drin ist. Wofür ist der Strichwun? Bitte? Gehört der zum Namen? Achso, diese, diese, an der Leine gehört zum Device-Namen. Also. Jetzt kommt noch eine weitere Eselei, was der Q-Live nicht gedacht hat, ist, dass man auf so einem Micro-Drive hier, sie hießen die Dinge ja, die takt, passen also bei der QL-Version maximal 120K drauf. Das ist natürlich für eine Maschine, die in der Originalausrüstung nur 128K hatte, ein großer Speicher. Der braucht 32K, gehen schon runter für den Bildschirmspeicher, die stehen schon nicht mehr zur Verfügung. Dann noch Systemvariablen, hast du nicht gesehen, der hat noch einen zweiten Bildschirmspeicher, wenn er den Nutzt hätte, wären 64K schon weg gewesen, nur um den Bildschirm zu verwalten. Deswegen wurde dieser zweite Bildschirmspeicher eigentlich nie aktiviert, er geht mit dabei, das war auch in den 90ern schon möglich, den zweiten zu nutzen, mit verschiedenen, mit anderen Bildsystemen. Aber das heißt also, für den war völlig klar, dass alle Dateien, die er hat, in einem Verzeichnis sind. Das war für den, das war einfach so. Das war auch lange Zeit so. Und irgendwann kamen größere Speicher, es waren Floppys, da hat man den ersten 720K gehabt, später diese berühmt-Richtin 1,44, die wir so alle kennen bei den Floppys. Das ist natürlich ein bisschen mehr, als er im Grunde an unseren Speicher reinladen kann. Weil er selbst im Ausbau, wir haben 46K mehrfach gestritten, sozusagen möglich. Da muss man also irgendwie seine Daten organisieren, man hätte sehr viele Dateien, und man hat es ja nicht alle gesehen, wenn ich hier von so einem Festland- oder Massenspeicherlaufwerk habe, da hat man auf einmal sehr lange Unterverzeichnisse. Und hier sieht man ja auch diese Feine, das sind Unterverzeichnisse. Und das ist aber wieder später hinzugefügt worden. Und viele Programmierer aus der Anfangszeit kamen aus der Spektrumwelt, habe ich ihre Spiele für den Spektrum bespielen, wo man, wenn man das programmiert, alleiniger Herr der Maschine ist. Das ist aber hier nicht ganz der Fall. Da ist ein Multitasking-Betriebssystem, ein Körner dahinter, ja, das ist eigentlich nicht erlaubt, dass man Herr über diese Maschine ist. Man kann aber als Programmierer sehr wohl alles abschalten und kann so tun, als wäre man alleine auf der Welt. Das haben auch viele gemacht. Das heißt, die ersten Spiele sind tierisch inkompatibel, die sind nachher gar nicht mehr gelaufen, weil wenn man noch einen zweiten Job startet oder wenn man Multitasking macht und dann noch ein Spiel, dann ist das Ding einfach abgeworfen, weil die Geräte schon gemacht hat, weil der Programmierer sich die Maschine sozusagen gekreitert und das Betriebssystem, das ich wollte. Die waren uns ja nie einig. Oh, korrigiere mich, wenn ich großen Blödsinn erzähle. Okay, alles gut. Aber das war so, deswegen gibt es auch Probleme heute, die uralten Spiele als Laufen zu kriegen. Ich habe mich das so gemacht, dass ich also nicht durch Umstecken die Maschine mit den alten ursprünglichen Zuspannen bringen kann und kann das Spiel denn noch spielen, aber das ist einfach, ja, teilweise die ersten, das waren die ersten vier, fünf Jahre sicherlich noch der Fall, dass also der Programmierer versucht hat, die Maschine zu beherrschen, sag ich mal, und das auszuschalten, was da drin war. Spätere Programmierer haben sich an die Konvention gehalten, sodass die Programme, die noch drei, vier Jahre später auf den Markt gekommen sind, selbst heute noch laufen, auch in Multitasken, kooperativ, um Bildschirmverwaltung, dass sie in anderen Jobs den Bildschirm lasten und so und alles, dass das klappte später auch. Der Elmar ist heute jetzt einer von der aus der Programmiererwelt, seine Programme lassen sich auch Multitasken, habe ich festgestellt, ein Lob dafür. Ja, aber vielleicht darf ich dazu sagen, die Spiele, die das nicht zugelassen haben, das lag einfach daran, nur der 28k, 32k sind ja schon weg, für den Bildschirmspeicher, für weitere 10k für die Systemvariablen und wenn man das Multitasking laufen lässt, dann nimmt das einfach halt ein bisschen was weg und die Spiele programmierer der ersten Stunde wollten halt den ganzen Speicher so weit wie möglich nutzen, also haben sie das Multitasking einfach abgeschaltet, also den Scheduler, den Taskverteiler haben sie einfach gestoppt und so hatten sie seinen Speicher nicht zur Verfügung und dann war das eine ganz einfache Maschine, wo dann eben nur noch das Spiel da lief und fertig und kein Multitasking mehr und kein gar nichts mehr. So war halt das letzte Kilobyte noch ausgereizt. Zum Beispiel gab es da so ein Ding dann auch, wo so ein Ball auf und ab hüpft mit Computagrafik, mit so Linien am Boden, die sich dann in der Spiegelkugel spiegeln und so und die hat deshalb auch als allererstes sofort alles abgeschaltet, damit er bis zum letzten Krämpchen alle Bilder im Speicher halten konnte und sie dann abspulen konnte. Also nur deswegen. Und später ist man davon ausgegangen, wenn einer wirklich mehr Speicher braucht, dann steckt er halt der Speicher weiter. Ja gut, das kam dazu, dass die Speicher wurde billiger, Massenspeicher wurden billiger, die Lobbys kamen auf, die gab es also auch nicht auch ordinär von Sinclair, sondern später, wenn wir mal gucken, berüffelt, gab es ja das erste Laufwerk für die Maschine. Wie gesagt, viel zu spät, das hat dazu geführt, dass er sich kommerziell nicht durchgesetzt hat. Ich komme gleich noch zu dem exzellenten, guten Business-Paket, was dabei ist. Der wurde also als Business-Maschine ausgeliefert und hatte damals schon das Office-Paket 1984, ein Office-Paket mit dabei. Excel, Word, die heißen anders, kommen gleich noch dazu. Dann gab es ein Grafikprogramm, um Business-Grafiken darzustellen und eine Datenbank, die war werkseitig im Paket mit dabei. Zu dem Preis haben wir 2000 Deutsche Mark, als er rauskam, der ist ein kurzes Jahr später ein bisschen runtergegangen, der Preis. Das war für die damaligen Verhältnisse ein Kampffreis. Ich habe ihn im Oktober 1984 gekauft für 1600 Mark. Ja, geht ja schneller runter. Innerhalb eines Jahres sank er dann noch bis 400 Mark. Also das war ein Kampffreis, die Software, mit der arbeite ich heute noch gerne. Also wenn ich umgekehrt muss, ich muss meinen PC hochlaufen lassen, damit ich endlich in Excel drin bin, ist der schon fertig mit der Aufgabe. Das Excel ist nicht schlecht. Ist natürlich nicht das, heute mit Maus drüber machen wir eine Grafik von, sondern hier muss man, zeige ich euch gleich, auch nicht viele Tastendrucke, machen wir gleich noch. Mal eben eine Grafik rauszuholen, ging aber schon vor 30 Jahren. Wir reden, wenn es wahrscheinlich 30 Jahre alt ist, weil jetzt ist ja 30 Jahre alt. Also die Datenbank, die dabei war, die war auf jeden Fall so gut wie die Base 2 und sogar ein bisschen schneller als das. Ja, ich meine auch, die war nicht, die hatte lange Zeit, hat die da auch die Programme, die in die Funktionierung geschrieben worden sind, das ist, wie gesagt, bevor das Excel, oder das Abacus heißt es ja hier, bei denen, als nicht mehr zeitgemäß, das hat Jahre, die hat in der Zehntel gedauert, bis man sagt, okay, das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Man kann heute ein bisschen mehr machen, das hat ewig gedauert. Auch der Tabellenkartenlater, der hat die Besonderheit, dass man auch in die Zellen eine Abfrage reinsetzen kann, damit, wenn der dann ausrechnet, was da drin für eine Zahl erscheinen soll, dann fragt er einen interaktiv, man kann ansonsten, dann macht er weiter. Das heißt, man kann ein richtiges Formular, das sich abfragt, die Werte beim User, einprogrammieren, das geht auch bei Excel da noch. So, jetzt zeige ich einfach mal, dass das Ding, also wir haben erfahren uns heuer direkt schon, es gibt noch andere Befälle, also der bekannteste war, weil der Mist geht drauf, was auf diesen Massenspeicher eben drauf ist, egal was das Hörner ist, man kann das nicht schlafen. Ich lade mal einfach das Placing-Programm. Das ist ein Placing-Programm, in diesem Falle lade ich auch wieder nur nach, ich mache jetzt also keine Berechnung oder irgendwas. Ich lade mir das, was es ja drei, vier Jahre später gab, das Polter-Interface, dass man also mit einer Maus arbeiten konnte, dass man zeigerorientiert arbeiten konnte. Das lade ich jetzt mal nach. Da gab es noch dieses MICE oder M-I-C-E. Das MICE war ein Desktop sogar, da war ja nicht nur mit der Maus, sondern auch noch, dass man also einen Desktop hatte, weil in der Zeit kamen die Ataris und Amigas in ihrem Desktop raus und alle wollten grafisch mit Mäusen und Icons hin- und herschieben. Da wurde das relativ schnell nachhaltig. Das aktiviert jetzt nur dieses Polter-Interface, sonst passiert nichts auf, das wollte ich zeigen. Man lädt sich also an ein Programm. Wie gesagt, hier sind nur Ladeanweisungen, hier kann natürlich auch ganz normale, vorne, schlafen, ich weiß nicht, ob einer schon mal den Befehlsinterpreter von den Superbasics gesehen hat. Ich glaube, dass es jemals eine Programmiersprache gab, die mehr Befehle und umfangreicher war als diese Superbasics, also hunderte von Befehlen. Man kann sich die, die man dazu geladen hat, anzeigen lassen, neben den Sprachwurschatzen, sind das Befehle, die ich allein jetzt beim Schlafen abgeladen habe, um mir ein paar Sachen zu vereinfachen. Also es ist schon sehr umfangreich. Jetzt habe ich jetzt das Polter-Interface geladen, wie das wollte ich bei Hausfurt finden. Die Hausfurt war, wie gesagt, nicht Bestandteil, sondern es geht darum, der hat davon ausgegangen, dass er mit der Tastatur arbeitet. Und dann, es kam, es kommen musste, die Atars, Amiga, es haben gezeigt, dass es Mäuse gibt, muss es von der Coel auch geben, kein Problem. So, jetzt lade ich mal das, warum sie der Coel-Lautor zu welchen Befehlen ist. Also das Wissen-Paket, ich habe jetzt auch einen Basic-Jock, der Letiz-Exchange. Das ist nicht das, womit er ausgeliefert worden ist, sondern eine etwas moderne Variante. Da sind diese vier Programme, die man sehen kann, in einem Job zusammengefasst, im Multitasking, weil das Multitasking in der Anfangszeit immer noch ziemlich hakig war, weil, wie gesagt, die Programmierer sich nicht immer daran gehalten haben oder wollten, dass man sich in die Spielregeln beim Multitasking, dann haben sie sich gedacht, okay, aber für dieses Programmpaket vom SIGLA packen wir das zusammen. Das ist also später dann von SION oder von Nachfolgerorganisationen eben zu einem Programmpaket zusammen gedacht worden. Ich gehe jetzt mal Abacus rein. Abacus ist Excel. Die Excel-Behandel. Ich muss jetzt mit Tasken anfangen, weil ich dann beliebige Gefieder Abacus ruhig die Tasken lassen und bin dann drin. Der lädt nicht lange, das ist da. Das kann ich also, der hat mich über irgendwas. Ich hätte ein paar Demos verhoffen auf Files. Und dann sage ich mal S-Indexer. Weiß ich, dass es funktioniert? Nee, Keyport. Files. Files, load. Files, load. In-Bot-Eckport. Deco. Ja, was will ich noch laden? Ich habe eigentlich noch load, Na klar, warum denn nicht? Wie gesagt, ich arbeite nicht immer damit. Das ist irgendein Programm. Ich habe das genommen, ob man so eine schöne Grafik von machen kann, weil die paar Daten drin sind. Das ist jetzt also nicht wie bei dem heutigen Excel. Man kann nicht sagen, ich möchte jetzt da meine Grafik von haben. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich muss die Daten exportern importieren, die müssen in einen Schiffenspeicher geschrieben werden. Das mache ich jetzt mal. Jetzt muss ich tatsächlich in Files, weil ich bin ein bisschen zu schnell. Ich exportiere Daten. Ich will nicht nach Quill, sondern für EASEL. EASEL ist das Grafikprogramm. Dann sage ich eben, ich möchte in... Also wie man das in Excel kennt, ich habe einen Schiffenspeicherbereich. M36, M7. So, das ist jetzt der Bereich. Das ist die obere Zeige. A4 bis Februar. Ich muss nicht bis N. Noch M7. So, das möchte ich nach... Also jetzt hier spaltenweise. Und da sage ich jetzt hier RAM 1, ein weiteres Gerät, was es bei dem gibt, das einfach dann ein RAM ist. Das heißt, das ist auch ein Gerät, das verhält sich ganz normal, als wäre das ein Massenspeicher, aber das würde ich beim Ausschalten flöten. Und das ist ein Teil von dem Hauptspeicher und sagt, du bist an die Diskette. Test. So, jetzt hat er es exportiert. Das ist jetzt in den Zwischenspeicher. Jetzt kann ich die Task umschalten, wieder in den Task-Switcher und sage, ich möchte EASEL haben. das ist die Grafik-Programm. Möchte ich jetzt Files importieren. Und zwar aus RAM 1. Test. Test. Und dann habe ich die Daten, die da in der Zeit schon jetzt in grafischer Form haben. Also das ging schon vor 30 Jahren. Und das ist jetzt nicht wirklich... Man ist jetzt ein bisschen beschleunigt, aber auch bei einem normalen dauert das nicht ewig. Also das ist ein bisschen bewirbiger, aber nicht wirklich, dass es langsam ist. Und wie so war denn da die Zeitachse, die hat aufheben und so weiter, schon drin. Weil ich die mit exportiert habe. Ich habe... Das war die Zeile 4. Und ich hätte gesagt, ich kopiere 4 bis 7. Die erste Zeit. Das kann man aber bestimmen. Und da habe ich mit Hedda und sagen, die erste Zeile 7 bei Max sollte auch. Die erste Zeile sind Tabellen, Zeitspalten nach. Ja, der nächste Schritt war, dass wir jetzt den Isel rufen. Ja, ich habe das... Da habe ich da nicht drin, aber die... Wir haben mal einen neuen Isel. Was auch immer was anderes. Ich halte mal ganz... Ich bin nicht ganz raus aus diesem Ding. Ich bin jetzt auch so... Exchange halte ich jetzt in den Hintergrund. Da kann ich das jetzt mit Jobs mal anzeigen lassen. Dann sieht man, dass da Exchange aktiv ist. Die Task ist aber suspended. Da soll ich die Psyon programmieren lassen, ihre Task jetzt schlafen. Ich könnte jetzt nicht extra im Hintergrund laufen lassen, weil das Programm dort es suspendet. Und wenn jetzt noch die Psyon 8, die kann man natürlich eigentlich sagen, ich möchte im Hintergrund mehr Leistung aus dem Vordergrund haben. Das kann man jetzt einstellen. So, wenn es ja ein Direct-Jury... Ich glaube, ich habe ja was in RAM 1 geschrieben. Das ist ja ein Speicher. Dann sehe ich da stehen... Da steht erstmal irgendwas... Hier dieses Exchange, das ist von Exchange selber. Legt sich da was ab? Irgendwie nutzt das für irgendwelche Vorgänge? Und Test, einer deiner Export, das habe ich gerade angelegt. Das ist eben diese vier Zeilen, erste Zeile Monate und dann irgendwelche Daten halt. Und ich kann jetzt wieder aufwischen und auf den draufschalten. Wie gesagt, Coop ist Coop, die Präemptive ist Multitasking. Das sind die Dinge, die laufen weiter, wenn ich das... Wie das Programmierer bestimmen, ob die Task weiterläuft oder nicht. Was ich nicht machen kann, jeweils nicht in dieser Version des Bezügliches hin, ich kann diesen Basic-Job, den Mutterjob, nicht Multitasking. Der ist einfach nur immer noch einmal da. Es gibt spätere Versionen, die das und selbst das tun. Da kann ich auch das unter SMS-QE kann ich zum Beispiel, das können wir nochmal starten, wenn einer Spaß dann hat. Da kann man also sehen, dass ich beliebig viele Super-Basic-Jobs laufen lassen kann. Also mit diesem Befehlsinterpreter, wie man es gerne hätte. Ansonsten, diese Programme sind alle compiled. Bin ich aus der Zeit raus? Nee, aber bald. Noch nicht. Wir können ja noch zu den Fragen kommen. Also ich dachte, das Ding ist unendlich komplex auf der ersten... Es hat ein Betriebssystem hinter... Also Achtung, das ist nicht... Der Rhein-Mef-Land ist das Teil des Systems, das ein Betriebssystem erratet. Und wenn man ihn einschaltet und hat nur die Micro-Dives, ist das eine ziemlich böse Kiste, sag ich mal vorsichtig. Ja, heutzutage. Ja, es muss erstmal funktionierende Tapes haben. Und sobald eine Floppy dran ist, wird es lustig. Dann kommt man schon mal langsam dahin, was man so haben möchte. Ansonsten sieht man nur dieses Prompt. Man kann sehr viel machen, aber wo speichere ich es denn hin? Das Problem hat man natürlich bei den anderen Maschinen auch gehabt. Die hatten ja am Anfang nur ihre Kassetteninterfaces. Hier hatte der eben schon einen Massenspeicher, der auch wie ein Massenspeicher organisiert war. File-Allocation-Table, die Files, das ist heute noch eigentlich einleuchtend, wie es funktioniert. Zumindest für die Leute, die in der DOS-Welt groß geworden sind, die fühlen sich da ja aber an die Wohlen. Und die Wohls? Jetzt geht man noch zu Erd von dem Elmar noch in einzelnen Seilen-Programmen und dann kann ich auch schon aufhören. Also wichtig zu verwechseln ist das Verzeichnis nach... Wo habe ich denn denn? Ich habe jetzt ein Unterverzeichnis gewechselt, nur mal noch anzuzeigen. Ich muss mal kurz... Ich muss mal wieder die Verzeichnisse zurücksetzen. Das Exchange hat sich gerade gekrallt, wie wichtig ich jetzt wieder zurücksetzen. Ich mache jetzt ein weiteres Programm, was um ein paar Befehle drinstehen, die mir dafür sorgen, dass ich wieder oben in der Hut von der Platte bin. Das sind einfach die kleine Programme, die mir einfach was umschalten. Also ich gehe jetzt mal wieder in Office und dann gehe ich in QL Astro, das ist jetzt dieser Hommage an den liebenden Elmar. Und wieder im Hintergrund läuft weiter in Excel weiter. Ich könnte das genau kurz sehen zwischendeutig. So, was hast du noch mal? Hast du dabei, ne? Man sieht auch noch im Hintergrund, die... 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 wird gerettet. Das heißt, das wird also gespeichert, rekopiert und da möchte ich es mal umschalten. Also hier sieht man da Elmar, Bömserlein und Scheter, der Verbrecher für diesen Programm. Wenn das Fragen zu dem Programm hat, wird die ihn fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es darauf geschmiert. Ich wusste, dass ich es habe. Also, es ist weiterhin der komplette Bildschirm von dem anderen Programm da und wenn ich da hinschalte, ist der auch wieder restauriert in den Dings. Na, also... Jetzt rennt er aber. Ich weiß, wenn er geht. Ja, dann zieh, machst du. Ach so. Genau. Den kann mit. Den kann dir ein bisschen mit. Wie konnte ich nur? Ja, das ist gut. Hast du die Kombination sein? Ach so, Kontroll C scheiß, weil grundsätzlich, wenn Tasks da sind, zwischen Tasks sind die Kinder runter. Ich glaube, sieben. Dort ist Vereinbarung von noch von Toni Teppi, die hat das Betriebssystem mit verbrochen hat. Das heißt, das ist gut. Jetzt haben wir natürlich bei das Programm, die es nun Teil des Bildschirms nutze, ich im Hintergrund eben auch diesen Desktop von dem Exchange. Und das Exchange macht kein Multitask im Sinne von sondern ein Disuspended Task. Das heißt, ich sehe dieses Grafikprogramm jetzt nicht, sondern ich muss erst einmal den Fokus wieder draufschalten und dann kann ich in dem Programm umschalten auf EASL und dann sieht man irgendwie das EASL. Und nochmal für... Wo ist es? Moment, aber das liegt daran, dass dieses Programm geschrieben wurde. Da war es mit da die Programmierer sich eben nicht dran gehalten. Da machen wir unsere eigene Welt und dann schalte ich auch in dieser Office-Welt sozusagen rum. Ja, Quillarchiv, das ist eben Textprozessor und Archiv ist eben eine D-Base-ähnliche Datenbank. Wie gesagt, ich finde sie besser als das D-Base, was es in der Zeit gab. Die war einfach deutlich elegant, hat denn wir Befehle müssen euch auch nicht ins Detail gehen. Bevor ich jetzt hier aus der Zeit rauslaufe, höre ich das mal auf. Hier zeige ich mir das Unterverzeichnis. Man sieht, was das Unterverzeichnis ist, also die ganzen Pfade, das ist auch anders als in der D-Base-Welt. Da wird ja der Kopf des Unterverzeichnis, also die vorhergehenden Verzeichnisse nicht angezeigt. Hier wird die immer voll angezeigt. Das ist die volle Dateiname. Ich bin also in Office, in Google Astro und dann hier die Dateinamen. Ich habe so viel zum Grundsätzlichen. Anderer Ansatz, andere Idee. Es gibt auch noch einen Mode für Spiele, das ist der Achtfarben-Modus. Hier hat er wirklich nur grün, weiß, schwarz und rot. Das ist, wenn man Tabellenkarten plötzlich noch völlig hinreichend, da haben wir rote Zahlen, schwarze Zahlen und ein bisschen was zu verzeichnen. Das ist der schwarze Teil auf schwarze Hintergrund. Und schwarze Teil auf schwarze Hintergrund. Der schwarze Teil auf schwarze Hintergrund. Der schwarze Hintergrund. Das sieht man nicht, wie weit man schon im Minus ist. Wo ich das Ganze jetzt strummelig kriege, ich muss jetzt den Mode 8 umschalten, denn jetzt natürlich sind die Farben alle im Arsch und kann ich das Ding neu starten. Also da ist teilweise nicht abgeblockt. Da ist am Anfang keiner davon gekommen, dass das jetzt nicht funktioniert. Und wir können es ja mal machen. Aber die Grafik war trotzdem beeindruckend, wenn man an so etwas Frühes liegt. Ah, ich habe den neuesten Dings drauf. Der schaltet tatsächlich auch den Mode mit um. Point of Rain Variament. Ja, aber die älteren Versionen, da hat es nur Mist auf dem Bildschirm. Da gab es die ersten Varianten, da haben das nicht gemacht. Okay, der kann jetzt sogar die Farben hochschalten. Also wenn man jetzt hier direkt schon macht, da sieht man die Zeichen. Und das kommt alles ein bisschen, das ist natürlich für diese Darstellung auf dem, Fernsehen. Kann man auch ohne Brille lesen. Okay, magst du vielleicht ganz kurz, wenn du es hast, QL-Chess zeigen, die 3D-Ding-Stellung? Weil da muss man sich wirklich vor Augen halten. Ah, das Highlight, 32 Jahre alt ist. Sorry. Ich will nicht nur auf dem Punkt, wo ich bin. Das ist natürlich, man kann sich in der Verzeihung tatsächlich verlaufen. Es gibt ein Befehl, um zu zeigen, wo man sich gerade rumtummelt. Das Chess wurde auch für aufhörten QL entwickelt. Es kam erst später, wurden dann auch Adaptionen für andere Betriebssysteme Also für das zum Beispiel ist auch so. Hier ist mein Spiel gespeichert. Ich gehöre zu den Brettspielen. Ja, das ist das berühmt, berichtigste und auch fast von Anfang an verfügbare Psy-Chess. Ist so spielstark, dass also wirklich jahrelang die Szenen dominiert haben, als das dieses Schachtprogramm besser als NASA? Bitte? Besser als NASA und 3? Ja, 84. Das war das Spielstärkste. Also es kann sein, dass es auf Großrechner andere Sachen gab, aber in der Hauptgebüterszene nicht zu schlagen. Wer programmiert ist jetzt? die Züge auch animiert? Ja, ja. Ja, ja. Es gibt einen Demo-Modus, glaube ich, D. Also jetzt Power gezogen. Ah. In der 84, kann fast wieder mal schulieren. Ja, muss man schon sagen, Respekt. Ja, ne? Auch von den Machern, das Betriebssystem, die haben eben Fable für Schacht gehabt und das war das erste, was sie auf dem Markt waren und sie ist Psy-Chess. Was hat das damals gekostet? Weißt du, was das gekostet hat? Ja, 20 reich vom Markt hat schon gekostet. Okay. Soll warten. Ich weiß nicht, vielleicht geht es noch. Ich glaube, schon eher so 50 Mark oder so was. Man war damals auch im Geld, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab auch einen Sperien. Dadurch, dass er nicht echt suspendet, sondern teilweise im Hintergrund laufen lässt, das Schacht läuft zum Beispiel weiter im Hintergrund, es frisst natürlich ziemlich gut. Ja, ja. kommt, kriegt man selbst die schnellsten Maschinen. Sagen wir mal die, sagen wir mal schnell, was das für Erweiterung ist. Wenn die Zeit wegläuft, würde ich vorschlagen, das läuft, dass wir wegsuchen. Aber hier noch mal, kurz kurz, das Psy-Chess läuft im Hintergrund weiter, der hat kein S vorne, das heißt, diese Ratte frisst die Puhlzeit, Also, wenn man jetzt gar kompizierte Züge ausrechnen, macht der brutal weiter, man wundert sich, warum seine Ecke vorne nicht mehr so reagiert, wie man es Okay, war es auch, ansonsten bin ich ja noch hier, wenn einer noch gezielte Fragen hat, wir haben ja schon ein paar Probleme gelöst, in der Zeit, wo ich hier bin, gerne. Ja, der Elmar ist da, Elmar ist Autor für den QL gewesen, lange Zeit, also viele Sachen kann er auch beantworten. Er hat eine schöne Website. Ja, das auch. So, in drei Buchstaben können wir noch sagen, das hat mich damals schon beeindruckt, diese Kanalunabhängigkeit vom QL-Betriebssystem, und zwar, die Microdrives heißen ja MDV und die Floppy heißen meistens FMP und so weiter gibt es Namen, auch Sellerin Schütze heiße SER und der Bildschirm heiße SCR, die sind in einer verketteten Liste vorhanden, die im ROM bereits eingebaut ist. Und diese Namen, also wenn die auftauchen, dann werden die in der Liste gesucht. Aber der Trick dabei ist, der erste Eintrag ist nicht im ROM, der erste Eintrag ist im Speicher, der wird im RAM angelegt, das ist meistens ein Leereintrag und von dort aus springt er in die ROM-Liste zurück. Und dann kann man jederzeit weitere Einträge zusätzlich reinsetzen, zum Beispiel einen, der MDV heißt. Dann findet er den zuerst, weil die RAM-Schleife wird zuerst durchsucht und dann sind die ROM-Teile dran. Die sind sozusagen Default. Wenn er da nichts findet, schaut er in den ROM noch. Genau. Und man kann also auch beliebige Devices auch beliebig benennen. Man kann also auch die Floppy und die Winchester-Kammer als MDV ansprechen. Und dann können die Programme ohne ähnliche Änderung darauf zugreifen. Das ist cool. Weil sie denken, das wäre immer noch ein MDV. Das ist auch der Trick, wie man alte Programme ans Laufen kriegt. Die wollen Mikrodrive unbedingt haben, MDV, und dann leistet man den Betriebssystem, den aber auf Floppy um und dann glaubt, das Laufwerk ist, also das Programm ist gerade auf MDV, zur Wirklichkeit ist auf der Winchester. Also das ist sehr flexibel an der Stelle. Allerdings, wenn ich die Winchester als MDV genannt habe, dann lande ich in der Suche, wenn ich MDV sacke, dann sind wir noch bei der Winchester. Ich komme nicht mehr auf der MTV. Dann ist das Mikrodrive-Laufwerk momentan nicht erreichbar. Vorsicht, ich benenne meine Winchester wieder auf In-Nomo oder sowas, und dann kann ich natürlich auch wieder auf die andere. Also dieses Prinzip macht der QL sowohl bei den Beweisnamen, diesen drei Buchstabenkürzeln, als auch bei den Basic-Befehlen. Auch dort gibt es so eine verkettete Liste, wer neue Befehle hinzufügt, die kommen zuerst in die RAM-Schleife, die werden dort eingebaut und die werden dann zuerst gefunden. Also können Sie den Print-Befehl modifizieren? Ganz genau. Dann setze ich einfach meinen modifizierten Print-Befehl oben in die Kette rein, wird der gefunden und wird das gelaufen. Das finde ich sehr flexibel und sehr elegant. Ich zeige jetzt mal das, was ich euch gezeigt habe, bei den Befehlen. Das sind Befehle, die sind ins RAM kopiert und modifiziert worden. In diesem Fall von dem Toolkit-2. Der ist geboren worden mit 48k-ROM. Da haben Sie versucht, alle die ganzen Funktionen reinzuquetschen. Das hat nicht funktioniert. Da haben wir erst mal auf den Markt gebracht und man braucht, also wenn einer von euch mit dem QL anfängt, ihr braucht das Toolkit-2. Zusammen mit dem Toolkit-2 ist das die Maschine, die ich QL nennen würde. Davor kann man damit arbeiten, aber das ist irgendwie wie, oh man, willst du nicht haben, tut weh. Und diese Listen, die Befehle, die verändert worden sind oder die zusätzlich, die kann man in diesen Extras aufrufen. Das sind also Befehle, die hat er nicht ordinär in seinem ursprünglichen Betriebsheel drin, sondern sie sind von mir nachgeladen oder über E-Proms gelinkt worden beim Boot-Vorgang. Das ist auch so das, was er einmal gesagt hat, die sind ins RAM umgeleitet. Das sind jede Menge. Das ist auch vielen bei, dass das Point-Interface ist unendlich lang. Das ist jetzt ein zweiter Bildschirm, der über dem ersten liegt, oder? Bitte? Der rote ist jetzt ein zweiter Bildschirm, der über dem ersten liegt, oder? Ja, ist ja eine. Oder so. Der Coel hat volles Fenster, Technik, Bitmap. Er hat aber nur eine Ebene. Das heißt, die Fenster werden, wenn sie überschrieben werden, nicht gerettet, sondern die beschreiben sich ganz einfach fertig. Wenn ich jetzt hole, ich jetzt schließe, dann kommt das Grüne nicht automatisch. Aber hier ist jetzt ein Bindemacher installiert, den habe ich da mit diesem Point-Inter geladen, der dafür sorgt, dass die Bildschirmhalte gerettet werden. Das ist aber nachträglich. Das hat der Ordnung ursprünglich nicht gemacht. Aber man kann trotzdem noch wunderschön mit Fenstern arbeiten. Jetzt musst du mal nachdenken, in welcher Einfolge man die überschreibt. Beziehungsweise, wenn ich dann wieder eins wegnehme, dann muss ich eben das alte Fenster nochmal neu beschreiben vom Programm aus, damit es wieder erscheint. Von selber kommt es nicht wieder. Das ist nicht vorgesehen. Dafür war einfach der Speicherplatz. Noch eine kurze Demonstration, was die Maus sichern kann. Und dann tun wir schon durch. Ich darf jetzt einfach noch obendrauf auf die Gefahr, dass der irgendwann... das ist sehr schön, dass alles Bitmap ist, weil der hat das eine Fenster hat das andere beim alten Buchstaben beschrieben. Das ist ja bei Textmodus gar nicht möglich. Das ist jetzt aber so vier, fünf Jahre Nachnehmerschein, dann war das schon möglich, hier voll mit Maus zu arbeiten, voll Grafik. Das Programm ist aber später geschrieben worden, aber es ging schon. Also dieses Maus-Interface eben, dass man hier auch anbieten, also klassisch bei Jungen, noch aus der Demonstration, das ist jetzt einfach nur zusätzlich, der Rest ist noch da, wir reden nicht davon, dass das weg ist. Mach mal Jobs. Jobs? Oder müssen wir mal einen Basic-Interpreter holen, wo haben wir den einen? Da. So, jetzt, jetzt noch mal und dann auch noch ein... 30, das pendet. Jetzt machen wir mal auch noch frei aktiv. Sechs Jobs. Also das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, da war schon ein Haufen Programm, wo kann man die hinter und laufen, und da ist es mit gerade noch 860k frei, 860. Das ist allerdings wie gesagt eine gepimpte Version, der hat auch 2 Megabyte Hauptspeichern. Auch hier, das ist wie bei den Autos, Hupraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hupraum, und dann ist Speicher ist durch nichts, als durch mehr Speichern. Ja. Okay, fertig. Danke. Danke. Danke.